Leute zu Wort, die seit Jahrzehnten Menschen kritisieren, die als Schriftsteller leben, die Bücher schreiben und einen solchen haben wir hier in der Sendung. Also zunächst Papst und ich, das stimmt nicht. So werde ich genannt, aber das hat keinen Sinn. Denn mit dem Begriff Papst ist der Begriff der Unfehlbarkeit verbunden. Zwar sind Päpste Menschen und unfehlbare Menschen gibt es nicht. Gleichwohl, Päpste gelten, sollen als unfehlbar gelten. Unfehlbare Kritiker hat es noch nie gegeben. Und wenn es welche gibt, dann taugen sie gar nichts. In unseren Wörterbüchern steht der Begriff ganz falsch. Kritisieren, das heißt runtermachen, tadeln, verreißen, nörgeln, großer Quatsch. Kritisieren heißt vor allem unterscheiden. Unterscheiden zwischen gut und schlecht. Ein Anfänger zu verreißen ist ja absurd. Über einen Anfänger schreibt man positiv oder überhaupt nicht. Ich muss es einmal sagen, Schriftsteller sind schreckliche Menschen. Furchtbare, wir können sich nicht vorstellen. Aber es sind nicht nur die zeitgenössischen Schriftsteller schreckliche Menschen. Also der edelste deutsche Schriftsteller überhaupt. Die beiden edelsten waren Walter von der Vogelweide und Wolfram von Eschentag. Wenn man Kritiker wird, nimmt man ein Risiko auf sich. Das ist kein ganz einfaches Leben in der literarischen Branche als Kritiker. Das ist kein einfaches Leben, aber trotzdem hat er es jahrzehntelang auf sich genommen. Marcel Reich-Ranitzky, Professor, er ist der Kritiker in Deutschland, der eigentlich am bekanntesten ist. Er ist Jahrgang 1920, hat 14 Jahre lang bei der ZEIT und 15 Jahre lang bei der FAZ kritisiert, Bücher kritisiert. Er sitzt jetzt heute bei uns abends in der Sendung. Ich begrüße Sie, freue mich, dass Sie gekommen sind. Und ich würde gerne ein bisschen anknüpfen an die vorherige Diskussion. Nur einen Punkt, den Unterschied zwischen Literatur und Geschichten erzählen. Sehen Sie den. Ja, zuerst einmal will ich sagen, dass ich von dem, was ich bisher gehört habe, mit großem Vergnügen gehört habe, was Frau Susanne Seitz gesagt hat. Selten ist in wenigen Minuten so viel Vernünftiges über Literatur gesprochen worden. Und eins ganz grundsätzlich, die Dichter, die die Welt verändern wollen, verändern die Welt heutzutage nicht, aber sie schreiben schlechte Literatur. Das ist immer so. Wer die Welt verändern will, mit Hilfe von Romanen, der muss schlechte Romane schreiben, nämlich solche, die Millionen erreichen. Gute Romane benutzen, verwenden neue Ausdrucksmittel, sind schwierig und sind somit nur für eine Minderheit zugänglich. Die ist ganz allgemein. Ja, noch ein bisschen näher. Gut, ich kann es noch näher halten. Wunderbar. Jetzt fragen Sie Geschichten erzählen und Literatur. Ja, Literatur ist mehr als Geschichten erzählen. Geschichten erzählen, das ist ein Teil, ein unerhört wichtiger Teil der Literatur. Aber daneben gibt es Theaterstücke, da wird eine Geschichte mit den Mitteln der Bühne erzählt und es gibt Gedichte. Und Gedichte erzählen in der Regel keine Geschichten. Es sei denn, es sind Balladen. Gedichte drücken etwas aus. Meist sehr wenig. Ein Gedicht enthält nur einen Inhalt, beispielsweise, ich liebe. Schluss. Darüber sagt der Dichter 20 Verse und diesen können herrlich sein. Oder, ich bin traurig, ich bin eifersüchtig und dergleichen. Reden wir mal über die Sachen, wo Sie meinen, dass diese Schriftstücke auf jeden Fall etwas ausdrücken und eine bestimmte Richtung angeben und den Leser vielleicht auch anregen, etwas nachzudenken. Sind Sie der Meinung, dass Jugendliche solche Schriftstücke vermehrt lesen sollten in dieser Zeit? Nein, überhaupt nicht. Ich bin überhaupt nicht der Ansicht, dass junge Menschen Literatur lesen müssen. Was ist ein Vorurteil? Warum sollen junge Leute Bücher lesen? Man kann wunderbar auf dieser Erde leben, ohne Bücher zu lesen. Aber Sie könnten es nicht. Langsam. Lassen Sie mich, lassen Sie mich... Das ist ja furchtbar, man muss hier immer so einen Apfel vor dem Mund halten. Aber jetzt... Das ist ja reinbeißen gleich. Also, man kann wunderbar auf dieser Erde leben, ohne Bücher zu lesen. Man braucht auch nicht Musik zu hören. Das ist gar nicht nötig. Man kann ohne Mozart, ohne Schubert, ohne Brahms leben. Da würde man aber entweder sich langweilen oder auch was verpassen. Nein, ich will Ihnen etwas erklären. Sehen Sie, ich werde Ihnen gleich ein drastisches Beispiel geben, das junge Leute, glaube ich, sehr gut verstehen werden. Es ist ja sehr schön, wenn Menschen miteinander ins Bett gehen und da allerlei im Bett treiben. Ist dazu Liebe nötig? Nein, dazu muss man gar nicht lieben. Halt! Lassen Sie mich mal auf... Da haben wir aber ganz... Nein, 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 nein. Ich sage, dazu ist Liebe gar nicht nötig. Ich glaube aber, dass alles, was sich im Bett abspielt, mit Liebe, noch schöner ist. Zurück jetzt zu der Musik. Man kann ohne Mozart und Schubert und Chopin leben. Aber das Leben mit Mozart ist etwas schöner als ohne. Und darum geht es nur. Und so ist es genauso mit der Literatur. Wer hat denn gesagt, dass man Bücher lesen muss? Aber mit Literatur, und zwar guter und unterhaltsamer Literatur, ist das Leben noch schöner. Also wir hatten nur, ich wollte Sie nicht unterbrechen, wir hatten bloß in der letzten Sendung zufälligerweise eine Umfrage gemacht zum Thema, ob man im Bett mit Liebe oder ohne Liebe, aber egal. Aber was mich interessieren würde, sind Sie denn... Das ist nicht egal. Doch, doch, das ist jetzt... Für mich nicht. Ja, lieber, für mich ist das nicht egal. Gut. Vielleicht in Ihrer Generation ist das nicht mehr üblich. Nein, davon rede ich gar nicht. Nein, aber... Ich bin doch von der Generation, die da ein bisschen geliebt hat. Das freut mich. Ja, weh Sie. Nein, aber was in unserer Generation zum Beispiel auch eine unserer Lieblingsbeschäftigungen ist, das glaube ich sagen zu können, ist auch Fernsehen. Finden Sie, dass Fernsehen schlechter ist als Bücher lesen? Aber, um Gottes Willen, was heißt denn Fernsehen? Es kommt darauf an, was man auf dem Bildschirm sieht. Da gibt es nämlich furchtbaren Mist und sehr gute Sachen. Sie können doch nicht sagen, Bücher lesen. Es gibt gute Bücher und miserable Bücher und so gibt es gute Fernsehdarbietung und schlechte. Was bevorzugen Sie, wenn Sie Bücher lesen, weil Sie lesen ja enorm viel Bücher. Bevorzugen Sie die, wo Sie dann danach etwas dazugelernt haben? Ich bin sicher, das geht auch noch bei Ihnen. Oder bevorzugen Sie die, die Sie hauptsächlich unterhalten? Nein. Also nur, da ist meine Antwort ganz klar. Ich bevorzuge Bücher, die mich nicht langweilen. Das ist das Wichtigste. Meinen Sie, ich lese Romane, um etwas zu erfahren über das Leben in England oder über das Leben im 17. Jahrhundert? Das interessiert mich doch gar nicht. Ich lese Romane auf der Suche nach Unterhaltung. Das ist nämlich das Allerwichtigste, die wichtigste Aufgabe der Literatur, die Menschen zu unterhalten. Sehen Sie, ich glaube, dass unsere Generation sehr unterhaltungssüchtig ist in einem gewissen Maße und dass da nicht die Bücher immer das sind, wo man als nächstes hingreift, sondern man ist immer versucht, dann den Fernseher anzuschalten. Meinetwegen. Oder man geht vielleicht abends mit den Freunden tanzen. Was glauben Sie, wäre ein Rezept, damit man die Jugend mehr zu Büchern zurückbekommt? Also, erst einmal, dass Sie vom Fernsehen sind. Wenn ihr bessere Filme machen werdet, bessere Verfilmungen literarischer Werke... Wir tun was wir können, wir laden Sie ein. Unentwegt machen Sie doch im Fernsehen, werden doch unentwegt Romane verfilmt, Theaterstücke verfilmt und so weiter. Ich habe nichts dagegen. Werden die Richtigen, die guten Sachen verfilmt und werden sie gut verfilmt, dann regen diese Sachen unzählige Menschen, auch junge Menschen an, die Bücher, die Vorlage waren, für diese Filme zu lesen. Zum Beispiel Umberto Eco, obwohl das ein Kino ist. Na, beispielsweise, ganz egal, Sie können unzählige Romane von Theodor Fontane, von Josef Roth wurden verfilmt, mal besser, mal schlechter. Sie geben uns das Geld, dann machen wir das. Ach, dann, ihr ertrinkt doch im Geld. Ihr wisst, das Fernsehen weiß ja gar nicht, was es mit dem Geld machen soll. Ich kann Ihnen Beispiele geben aus meiner eigenen Praxis. Mir hat man mal Tausende gegeben, für zwei Minuten, die ich reden sollte. Ich meine, ich habe das Geld genommen, unter Ohren. Klar, ich bin doch nicht dämlich, ja, aber das ist doch wirklich der wahre Blödsinn. Ich habe da zwei Minuten geredet. Wir haben jetzt auch noch knapp zwei Minuten und Sie kriegen dafür keine 1000 Mark, aber mich würde es trotzdem interessieren, weil wir von Unterhaltung und von Musik redeten. Sie haben vorher fasziniert auf dieses Lambada-Stück geschaut, was wir gespielt haben. Das kannten Sie vorher noch nicht. Nein, das ist interessant, hat mir gefallen. Hatte Sie, könnten Sie dazu tanzen, können Sie sich das vorstellen? Nein, ich kann überhaupt nicht tanzen. Wissen Sie, ich kann viele Dinge nicht. Das ist nicht so, dass ein Kritiker alles kann. Ich kann vor allem beispielsweise keine Romane schreiben. Deshalb bin ich Kritiker geworden. Gut, als solchen haben wir Sie ja auch eingeladen und Sie bleiben uns ja erhalten. Am Ende der Sendung wollen wir uns nochmal mit Ihnen unterhalten, aber jetzt schon mal danke, Marcel Reich-Rennitz. Die Sauereien aufdecken, auch wenn Sie den kleinen Leuten Vergnügen bereiten, dann haben Sie noch etwas gesagt. Aber da stehen wir völlig überein, Herr Reich-Rennitz. Dann haben Sie aber noch etwas ganz ungefähr gesagt. Sie haben gesagt, in den totalitären Staaten macht die Korruption den Staat eine Spur menschlicher. Nein, das habe ich nicht gesagt. Sie haben doch eben gerade Herrn Richter getan, dass er nicht gut zugehört hat. In diesem Fall haben Sie mal nicht gut zugehört. Ich habe nur gesagt, in einem totalitären Staat ist manchmal das Vorhandensein von Korruption noch hilfreich gegenüber einem terroristischen Staatsapparat. Und da ist es besser, wenn vielleicht ein Beamter... Nur, wir wollen das nicht auf unsere Verhältnisse... Habe ich eben auch gesagt. Aber auf was wir es übertragen können, und die Frage möchte ich jetzt mal übernehmen und an Herrn Reich-Rennitzki weiterleiten. Wie schützen Sie sich, der ja, ich weiß, Sie mögen das Wort nicht, als Literaturpapst gilt, als jemand, der eine Menge davon versteht, Kritiken zu schreiben über Leute, der Leute praktisch hineinheben kann in die Gilde derer, die als Schriftsteller gelten, der aber Leute aber auch vernichten kann mit seinem Urteil, beziehungsweise sehr behindern kann. Wie schützen Sie sich gegen Ihre persönliche Korruption, dass Sie sagen, der gefällt mir oder die gefällt mir jetzt, der mache ich eine gute... Ja, also, die Sache ist die, ich habe 15 Jahre lang in der FAZ gegen die Korruption gekämpft. Denn eine der größten Gefahren im literarischen Leben sind die Gefälligkeitskritiken. Sie können sich nicht vorstellen, wie das literarische Leben verpestet ist durch Gefälligkeitskritiken. Dagegen kämpft man aussichtslos, man kann aber die Quantität, die Zahl dieser Kritiken reduzieren, einschränken. Das ist schon immerhin etwas. Und wie ich persönlich dagegen kämpfe, sehen Sie, ich brauche gar nicht so viel zu kämpfen. Die Sache ist die, Sie sagen, irgendjemand gefällt mir und dann schreibe ich eine gute Kritik. Lieber, mein Beruf und mein Ruf und meine Renommee, das ist mir alles wichtiger, als ob mir einer gefällt oder nicht. Ich kann es mir gar nicht leisten, Gefälligkeitskritiken zu schreiben, denn mir schauen gar viele auf die Finger. Und das ist gut so. Aber in dieser Hinsicht jetzt als Nicht-Gefälligkeitskritiker waren Sie jetzt eigentlich auch noch am Schluss eingeplant, um Jugendlichen zu empfehlen, was ist gute Literatur für Sie. Jetzt ist natürlich wenig Zeit übergeblieben, weil wir hier eine Menge noch rundherum diskutiert haben. Die Zeit wird dadurch nicht länger. Ganz kurz jetzt nochmal, was sollen wir denn lesen, damit uns Literatur Spaß macht? Also ich denke, man soll vor allem den jungen Menschen nicht empfehlen, dass sie die empfehlende Prosa von Goethe lesen oder von Kleist. Das waren und sind Genies, aber ich glaube nicht, dass sie wirklich von jungen Menschen, die noch nicht mit der Literatur vertraut sind, mit Vergnügen gelesen werden. Und Literatur soll Vergnügen bereiten. Wir haben in unserem Jahrhundert, in der Sprache unseres Jahrhunderts, eine Völle hochinteressanter Bücher von Autoren, die nicht mehr leben, die man aber mit Vergnügen lesen kann. Nennen Sie ein paar. Also, ich werde gleich ein Beispiel nennen. Es gibt eine unerhört spannende Novelle von Friedrich Dürrenmatt, Die Panne. Das ist eine ganz spannende, klare, deutsch geschriebene Novelle. Jeder junge Mann kann die, jeder junge Mensch kann die verstehen und sollte sie lesen. Noch zwei, drei Tipps. Es gibt ein Kriminalroman, wo aber nicht der Verbrecher, sondern ein Unschuldiger gesucht wird. Der Kriminalroman heißt Das siebte Kreuz von Anna Segers. Ein unerhört spannender Roman und da können ein bisschen die jungen Leute verstehen, wie ihre Eltern oder ihre Großeltern im Dritten Reich gelebt haben und warum sie alle so feige im Dritten Reich waren. Noch ein Beispiel, okay? Noch ein Beispiel. Also, von Heinrich Böll, der vor einigen Jahren gestorben ist, gibt es die sehr gute Erzählung, Die verlorene Ehre der Katharina Blum, die ich auch noch sehr jungen Leuten empfehlen kann. Ich glaube, die ist nach wie vor sehr aktuell. Gut, dann danke für die drei Tipps. Danke an euch alle.